Die Internetnutzung mit dem Samsung Galaxy Beam, dazu gehe ich einfach mal in den Browser und ihr seht hier oben habt ihr die Fortschrittsleiste, die so grün leuchtet. Hier gibt es einen Tipp. Tippen und halten Sie zwei Punkte fest, kippen Sie dann das Gerät hin und her, um den Bildschirm zu verkleinern oder zu vergrößern. Ja, das ist ja ganz nett gemacht, aber ich glaube mittlerweile ist man so an diese Pinch-to-Zoom-Funktion gewöhnt, dass man das irgendwie macht. So, wir gucken jetzt natürlich gleich mal, wie gut und schnell er HandyMC.de lädt. Ja, und ihr seht, das geht auf jeden Fall ziemlich fix, bis die Seite auch komplett geladen ist. Pinch-to-Zoom funktioniert auch. Einwandfrei, finde ich. Ja, also da gibt es keine Ruckler, gar nichts. Ja, also das ist wirklich ganz fix. Wie gesagt, hier habt ihr noch weitere Funktionen und Optionen, also ein neues Fenster, einen neuen Tab öffnen. Also das funktioniert alles auf jeden Fall reibungslos. Interessant ist natürlich auch noch die Social-Media-Nutzung damit. Und ihr seht, ihr könnt es eben entweder als Anwendung wirklich auf euren Homescreen legen. Hoch. Ja. Und auch das geht auf jeden Fall ganz fix. Was ich so ein bisschen hier vermisst habe, was ich schon bei vielen anderen Modellen gesehen habe, ist diese Funktion, in dem man, oder diese Anwendung, wo man alle wichtigen Social-Media-Plattformen zusammen synchronisieren kann, also Facebook, Twitter und so weiter. Ja, und grundsätzlich, also hier oben lässt sich ganz einfach das WLAN an- oder ausschalten. Auch die Internetnutzung ist auf jeden Fall total solide, genauso wie die restliche Bedienung des Samsung Galaxy Beam. Ja, und dann geht es auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020